Kommen Sie zu mir? Ja, guten Tag. Ich bin die Praktikantin aus Berlin, Bea Kretschmer. Hallo Frau Kretschmer, mein Name ist Hanna Wagner. Kommen Sie. Möchten Sie was trinken? Nein, danke. Hier habe ich Ihre Unterlagen. Ich brauche noch ein paar Angaben für den Personalbogen. Familienname? Kretschmer. Kretschmann? Nein, Kretschmer. K-R-E-T-S-C-H-M-A-R. Kretschmer. Danke. Und wie ist Ihr Vorname? Bea. Bea? Eigentlich heiße ich Beatrice, aber schreiben Sie bitte Bea. Gerne. Und Ihr Geburtsdatum? 17. Mai 1990. Ah, dann haben Sie ja bald Geburtstag. Ja, nächste Woche. Adresse? Lessingstraße 52. Bei Berg. In München? Ja. Telefonnummer? Oh, die weiß ich nicht. Aber ich kann Ihnen meine Handynummer geben. Gerne. 0174-8455716. E-Mail? Bea at freenet.de. So, ich glaube, das ist alles. Dann stelle ich Sie mal unserem Team vor. Ja, gerne. So, ich glaube, das ist alles. Dann stelle ich Sie mal.